Die Samen, so, von der weiblichen Pflanze, ist eine zweihäusige, das heißt, die sind wie Mönche und Nonnen. Die männlichen, die sind an einem Horst, in einer Gruppe und die weiblichen woanders. Wer verbindet die beiden als Liebesdienst, dass sie sich befruchten? Keine Insekten, sondern der Wind. Aber für Insekten ist die Pflanze trotzdem wichtig. Sie gibt kein Nektar, aber sie ist eine Futterpflanze für unsere schönsten Schmetterlinge. Für Taubfauenauge und den kleinen Bären und Landkärtchen und was nicht alles. 40 verschiedene Raupenarten, Schmetterlingsarten können an ihr fressen. Unsere Landschaft würde viel eintöniger und weniger bunt sein, wenn es keine Brennnesseln gäbe.